Liebe Schwestern, liebe Brüder, auf dem Weg sein, ausharren und warten, das ist Advent. Über dieses Unterwegssein schreibt der Evangelist Lukas. Er beschreibt, wie Josef zusammen mit seiner Verlobten Maria von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa zieht. Dort muss er sich auf Befehl des Kaisers Augustus in die Steuerliste eintragen. Wir werden diese Geschichte auch in diesem Jahr wieder als Weihnachtsevangelium hören. Maria und Josef auf Herbergsuche, unterwegs in einem anderen Land, beide fremd, obdachlos und unerwünscht. Zwei Menschen, die Unterschlupf suchen und keinen finden. Zwei Menschen, die wissen, dass ihr Kind unter schwierigen Umständen auf die Welt kommen wird, weil in der Herberge kein Platz für sie ist, so schreibt Lukas. Josef und Maria, ihr Weg nach Bethlehem, sie sind Symbol für all die Suchenden, die in unseren Tagen unterwegs sind. Auch heute suchen Menschen nach Beheimatung. Sie suchen nach Unterkunft und nach Asyl. Auch heute wollen Menschen aufgenommen und angenommen werden. Gerade in unseren Tagen erleben wir diese Problematik konkret und dramatisch. Viele Menschen, darunter viele Kinder, suchen über das Mittelmeer den Weg nach Europa. Ihre Flucht vor Not und Krieg müssen sie oft mit dem Leben bezahlen. Die aktuelle Situation in Ländern wie Syrien oder Ägypten lässt vermuten, dass die Zahl der Flüchtlinge ihren traurigen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Im vergangenen Juni hat Papst Franziskus die italienische Flüchtlingsinsel Lampedusa besucht. Lampedusa ist zum tragischen Symbol für das Scheitern des Menschen geworden, für das Scheitern von Mitmenschlichkeit und zum Sinnbild für Heimatlosigkeit. Der Papst hat für seine erste Reise außerhalb Roms Lampedusa gewählt. Dies ist nicht nur für die Betroffenen vor Ort, die westlichen Regierungen und nicht zuletzt für die Flüchtlinge ein starkes Signal, sondern auch für die katholische Kirche insgesamt. Vor Ort hat der Papst mit deutlichen Worten fehlende Empathie kritisiert. Wir sind zu einer Gesellschaft geworden, die vergessen hat zu fühlen und mitzuleiden. Dies ist die Globalisierung der Gleichgültigkeit, die selbst die Fähigkeit zu weinen abgeschafft hat. Wir haben es in unserer Diözese zu unserem besonderen Anliegen gemacht, heimatlose Menschen aufzunehmen, ihnen Gastfreundschaft, Herberge und Wohnraum zu geben. Kirchengemeinde und Dekanate, die Caritas und andere Verbände und Initiativen und ebenso unsere Ordensgemeinschaften geben hier in vielfacher Weise ein glaubwürdiges Beispiel. Für diese vielen offenen Türen bin ich sehr dankbar. Maria und Josef, zwei Menschen, zunächst Symbol für Heimatlosigkeit, jedoch beide in freudiger Erwartung auf ihr kommendes Kind. Dem Kind, in dem Gott zur Welt kommt. Er kommt an die Seite zweier Menschen, die von politischer Willkür durchs Land getrieben werden. Gott ist die Herberge für Menschen, denen die Türen verschlossen bleiben. Wer anklopft, dem wird geöffnet, sagt Jesus in der Bergpredigt. Diese Worte sind seine adventliche und immerwährende Zusage für die Notleidenden, Unglücklichen und Suchenden. Und so wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und alle, die Ihnen nahestehen, für die kommenden Tage und zum bevorstehenden Fest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, den Segen Gottes. Möge dieser Sie auch in Ihrem kommenden Jahr begleiten. Möge dieser Sie auch in Ihrem kommenden Jahr.